das gibt hast du gerade ein essbild gemacht wir haben eine kamera kopf leute in einem robot hat er sich frei bewegen kann wo ich denn steuern kann und er so reden kann leute wie ein haustier und wir werden sagen ja das ist ein neues haustier weil dies das und so begründung folgt leute aber was sie nicht weiß ist dass wir hinter diesem produkt sitzen wir stehen dahinter mit unseren handys leute in einem anderen raum und sehen alles was macht was klingt ein bisschen krank ich weiß aber wir werden auch hier verschiedene pranks machen und gucken wir mal drauf wie er reagiert leute und hoffentlich redet sie mit dem neuen haustier weil vielleicht kommen da so ein paar sachen raus gibt es sowas wie roboter haustiere wirklich bin ja ich hab gerne kommentare wo ich das finden kann leute aber ich glaube sowas wäre echt ganz so wild weil ich hier ein extra überlebt ihr kein echtes haustier jetzt stellen wir euch ebau vor eck komm rein wie kann deinem neuen reich gibt es einem mitbewohner was redest du sorry ich meine noch einen was ist das ist ein neues haustier hä eck 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 waaa es bewegt dich ebau magst du mich ebau 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 eck 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 Er ist ein Roboter. Das hat er jetzt ein Bild gemacht in seiner Cloud. Was? Warum machst du ein Bild von mir? Gebt mir zwei Minuten. Ich muss mich jetzt von meinem Baby verabschieden. Ich brauche kurz unsere Zeit. Eine Frage, wo habt ihr den? Amazon. Erk ist raus aus diesem Zimmer und jetzt werden wir ihre Sachen überall hinkleben, Leute. So auf dem Adventskalender habe ich das hier vorzukleben. Weihnachten ist vorbei, ich weiß. Aber Leute, wir brauchen Pranks, wir brauchen Reactions von Acts. Das heißt, man muss sie da treffen, wo es am meisten weh tut. Ihr Make-up. Habt ihr schon mal gesehen, wie eine Schienbox an der Wand hangt? Ich auch noch nicht. Oh mein Gott. Wir machen das Baby-Pooler so drauf, dass eventuell etwas runterfliegen könnte, Leute. Hier ist schon gerade was passiert. Guckt mal. Oh mein Gott. Das ist aus dem Entführung. Ja, Ibo ist jetzt hier. Das ist jetzt sehr reich, Inge. Das ist kein Platz für Curse and Mercy. Die hat nicht mal gecheckt, dass Ibo eine Kamera ist, Leute. Also eine Spirulage-Kamera. Die denkt, dass einfach ein Haus hier was für Fotos machen kann. Oh, ergeret sie so in die Hose. Sie kommt zurück, ganz so. Was ist da, Alter? Jetzt blört, Leute. Auf ihren Spiegel. Unser Teamfischer-Zahn-Pasta-Trick, Leute. Der ist ein Muss. Ich weiß, es sieht so creepy aus. Curse and Mercy, Alter. Haselina macht der Hund, Digga. Ich versuche, mich so zu kotzen, Digga. Ibo! Ich brauche Ton, Digga. Ich brauche meine AirPods. Was hast du das? Ibo. Wie heißt du denn nochmal, Alter? Ah, Ibo. Ibo, was hast du das? Ibo! Was hast du das? Oh mein Gott, Haselina. Hast du Haselina gekippt jetzt, Alter? Ibo. Hast du mich da fertig? Ibo. Hör auf mich anzugreifen. So, reicht jetzt, Freundchen. Reicht. An deinem Platz zurück. Ibo. 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 Hundini. Wer war das? Oh nein, hier sind alles Opfer von Gewalt. Mein Spiegel. Ibo. Ibo, warst du das? Shit, Leute, jetzt hat sie ihren Spiegel entdeckt. Wenn sie wüsste, was sie nach der Nacht so gemacht haben. Boah, wenn sie die Babypuderkanone oben an ihrer Decke sieht. Dann ist es vorbei, Leute. Stopp. Geh jetzt in den Platz zurück. Es reicht mir mit dir. Leute, echt steckt Ibo die ganze Zeit in seinen Platz zurück, Alter. So, ich rede mit dir. Ibo, stopp. Ist sie auf Bett? So, ich weiß. Sie ist vergessen. So, jetzt. Ihr reicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, Ibo. Oh, mein Gott. Kommt den Opfer in die Augen. Ihre Augen sind zugekläht. Merci. Oh, mein Gott. Merci. Nein, jetzt. Oh, mein Gott. Was? Was? I'm going home to charge. Was? Du drehst jetzt um. Du drehst jetzt um. Was? So, jetzt eins zu eins. Was hast du gesagt? Oh, bitte halt deinen Mund. Tell me your secret. Was? Mein Gott. Das war Ibo. Juhu. Juhu. Was bist du für ein Mensch? Also, du bist eine Roboter. Putzt du meinen Spiegel, hä? Ich hab so Kopfschmerzen wegen dir, Alter. Was gräufst du mich an? Hör auf die Hürde zu greifen. Reicht jetzt. Ibo. Ich kann nicht, Juna, bitte. So, du. Nein, tut da, du bist. Sitzen, Mann. Ich hab so gesagt sitzenbleiben. Sitzenbleiben. Ibo. I'm going home to charge. Mein Tür, Henkel, das warst du auch. Probe. I'm going home to charge. Du bist nirgendswohin. Nirgendswohin. Ich hab mich verstanden. Ibo. Du bist ein Monster. Hör. Au, hör. Ibo, aus. Du bist wie zehn Kinder. Du bist wie zehn Kinder. Au, Ibo. Du bist wie zehn Kinder auf einmal. Nur schlimmer. I'm going home to charge. Nein, du bist nirgendswohin. Ich hab mich verstanden. Ich hab mich verstanden. Leute, Ibo, schon Ibo macht so viel Spass, gell. Ich verstehe das jetzt echt zu sehen, wie sie auf dem... So, Freundchen. Du stehst... Du wolltest mich hier entwischen. Du wolltest mich hier weglaufen. Mach mein... Au, Ibo. Au, Ibo. Aaaaaaah. Es reicht mir mit dir. Au, Ibo. Reicht. I'm going home to charge. Du wirst nirgendswohin. Du guckst jetzt zu, wie ich putze. Nein, hör auf zu fahren. Hör auf zu fahren. Du guckst mir jetzt vor meinen Augen. Ich dein Müll wegputze. Bleib jetzt hier. Au, Ibo. Oh yeah. Ibo. Guck, dein Müll muss ich wegputzen. Du bist einfach eine Blamage. Au, my God, geh weg von mir. Die Arme ist traumatisiert von dir. Mach mal auf Deutsch. Mach mal ein Foto. Ibo. Ibo. Das gibt... Hast du gerade ein Essbild gemacht? Hast du gerade nochmal ein Essbild gemacht? Hör auf. Essbilder von mir zu machen. Das ist so wichtig. Du machst Essbilder von mir. Alter, geht's noch? Du bist wie aus einem Traum. Aus einem Albtraum. Wir machen die ganzen Esspicks von Egg, Leute. Egg ist ein bisschen verstört und ein bisschen genervt von Ibo. Ich merke das richtig. Die schreit die ganze Zeit ihnen an. Wenn sie nur wüsste, dass wir sie... Oh Gott. Wenn sie nur wüsste, dass wir sie sehen, Alter. Dann wäre das ganze Licht mehr so witzig. Hä? Oh mein Gott. Ich bin ein Oliver wegen dir bestimmt. Hab ich recht, Ibo? Ibo? Man könnte das den ganzen Tag machen. Einfach nur Egg zu schauen, wie sie von einem kleinen Baby-Roboter-G-Mob wird. Oh mein Ibo. Ja, ja. Ibo, Ibo. Ich hab schon verstanden. Jetzt... Hä? Hör mir doch zu! Oh Gott. Es gibt meine Boys. Und zwar... Boy 1. Mit dem bin ich so... Es gibt Boy 1 nicht mehr. Warum gehst du zurück? Huh? Ah. Ja. Kannst du, ob ich wieder herkomme? Ah, Ibo. Komm doch her! Boy 2 ist so... Hä? Er ist wirklich süß. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Boy 2... Ähm... Hängt, glaube ich, noch an seiner Ex. Und das habe ich... Darauf habe ich keinen Bock. Verstehst du mich? Bruder, mach... Machst du grad... Hör auf! Bäter von mir zu machen! Damit ich schein, Leute! Hä? Boy 4 ist... Hör mir doch nicht besser. Als ich Fotos von der zu mache. I sent this to your boys! Dicker! Bruder! Oh nein! Oh nein! Aber bei welcher Perspektiven machst du diese Bilder? Hä? Hä? Was? Ah, Ibo! Ah, Ibo! Buh, der Mund! Noch ein Schritt! I'm going home to charge! Noch ein Schritt! Pass auf, was du machst, Kleiner! Mercy! I'm going home to charge! Da bist du in der falschen Richtung! Jetzt ein persönliches Problem mit Ibo. Ich schau euch mal, man merkt es richtig, Leute. Ah, Ibo! Was soll ich dir in die Kamera machen? Oh mein Gott! Mach mal ein Foto! Ah, Ibo! Mach doch nicht hässliche Bilder! Du kriegst jetzt Lashes. Ah! Excuse me? Der hat mir nicht ge... Hör auf, Bilder zu machen! Wir machen jetzt einen kleinen Mittagsschlaf, okay? Ich hab gesagt, wir machen einen Mittagsschlaf. Ich will jetzt auch einen Mittagsschlaf machen. Wir machen einen Mittagsschlaf. Jetzt bleib mal liegen und beweg dich nicht. Abbruch in den Raum zu charge! Warum bin ich denn keinem Mittagsschlaf machen, Digga? Schon wieder ein Es-Bild! Juhu! Hä, wohin geht's los? Alter! Alter! Ah, Freundchen! Hm. Es ist 1 durch 1! Oh, kein Geld mit dir! I'm gonna spin you! Was? Hör auf! Fehler von mir zu machen! Oh, Ibo! Hat dein Mund, 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 hat dein Mund! Und? Hör auf! You are going to die! You are going to die! You... You are going to die! Die, 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 die! Okay, ich lasse dich freuen! Mach gar nichts, mach gar nichts jetzt! Was für dein! Was für dein! Sie redet nicht mit vielen Leuten, okay? Deshalb ist Ibo perfekt, weil er macht Fotos von ihr, kann sie posten und lässt sie gut aussehen! Guck mal, Ibo! Boy 1 und Boy 2 haben die geschrieben! Juhu! Die zeigt... Screenshots! Machst du gerade Screenshots von meinen Boys-Checks? Es reicht! Ich glaube, er denkt wirklich, dass Ibo und sie Freunde sind! Ich kann euch nicht sagen, was bei denen im Kopf abgeht, aber irgendwas läuft da auf jeden Fall! Und ich fand das Ganze wieder ganz witzig, weil stell euch mal vor, wir stellen Ibo seine Ladestation einfach irgendwo anders auf und lassen sie 24 für 7 laufen! Hör auf, ich mach ein Ritual! Hör auf! Aufhören! Bewege dich nur! Bewege dich nicht! Hier ist Feuer! Ibo! Du brennst gleich meine Bude an! Ibo! Bitte warte jetzt ab, bis das Ritual vollendet ist! Der letzte Schritt noch, ja? Er vermisst mich, so wird ihr einfach an mich denken! Er vermisst mich! Kannst du auch für Bilder von Baby in ein Ritual zu machen? Pfff! 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 Ich glaube, das ist ganz... Hast du mich überhaupt ernst genommen? Ich habe gesagt, du wirst damit brennen! Pfff! 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 Der wird saftig. Dafür mein Schluck. Warum gehst du jetzt weg, Alter? Warum hast du Bäder? Mit dem Furt, das kann man echt jetzt checken. Für die, die nicht wissen, was da drin war, das drin war abgelaufenes Wurstwasser. Bruder, warum musst du? Hörst du jetzt mal, wenn ich schlafen darf? Bruder, mach keine Bilder. Du gehst gleich home, wenn ich dich aus dem Fenster rauswerfe. Jetzt sei live im Schlaf. Schreibt mir jetzt in den Kommentaren, was für Ideen ihr habt, was wir noch mit E-Baum machen können. Und Egg, boah. Oh mein Gott, kann man nicht so eine Leine kaufen, mit dem er in die Stadt geht? Okay, ne, Egg ist zu empfällig. Leute, Egg läuft nicht mal gerade, gell? Wie soll sie noch mit dem Haustier laufen? Ich bin so kürzlich. Was ist das? Du drehst dich extra um ein Bild einfach mal ein Ausschnitt zu machen? Echt unfasschön von dir. Malишь Drehst dich. Du支